Hallo, guten Abend, liebe Freunde der Astrologie. Dies ist ein kurzer Teaser, wie man ja heutzutage so sagt, für einen relativ spontan angesetzten, erneuten Livestream am Donnerstag, jetzt diese Woche Donnerstag am 12. Mai um 19 Uhr auf dem Kanal von Julia, der Moon Circle heißt. Und wo auch schon mal ein Livestream lief. Und unter das Video packe ich sowohl die YouTube-Adresse von dem YouTube-Kanal von Julia, wie auch den Link, wie er direkt ins Video kommt. Das Schöne ist ja bei Livestream oder vom Thema her, der Livestream ist ein Astro-Talk. Es soll dabei um astrologische Fragen gehen von Julia, Aszendent, Häuser und anderes. Aber ihr habt natürlich, gerade wenn ihr live dabei seid, habt ihr natürlich die Möglichkeit, Fragen auch in den Chat hineinzuschreiben. Und wenn wir Gelegenheit haben, können wir auch gerne auf diese Fragen eingehen. Also alles im Bereich Astrologie. Für diejenigen von euch, die von mir noch nicht genug haben und von der Astrologie dann eine schöne Chance, den Donnerstagabend interessant zu gestalten. Bis jetzt waren die Livestreams mit Julia, Julia Daniel oder neulich ja auch mit Christopher Weidner, Julia und Daniel, ja immer sehr, sehr interessant und belebend. Hat richtig Spaß gemacht. Und es ist ja auch so, wer meine Tagesoroskope hört und auch heute Morgen dabei war, der weiß ja, dass wir auch diese Woche in dieser Zeit wieder in wirklich sehr interessanten astrologischen Konstellationen stecken, die uns auch in den nächsten Wochen noch nicht in Ruhe lassen werden. Ja, wir befinden uns ja hier auch in dem Übergang von dem 200 Jahre dauernden Erdzeitalter in das auch wieder ungefähr 200 Jahre dauernden Luftzeitalter, was ja offiziell 2020 mit der Konjunktion von Jupiter und Saturn im ersten Grad des Wassermanns begonnen hat. Und dieser Übergang ist immer ein bisschen ruppig, das merken wir jetzt auch. Und nächsten Montag zum Beispiel ist ja Vollmond im Zeichen Skorpion mit der Sonne im Stier, was ja gleichzeitig eben da der Vollmond auf der Mondknotenachse sitzt, ein besonders karmischer Vollmond ist, der auch gleichzeitig eine Mondfinsternis ist. Und die Finsternisse, wie das Wort ja schon sagt, irgendwie bringen ja immer eine Menge Angst und Befürchtungen ins Feld. Und vielleicht gehen wir ja auch darauf ein, das kann ich jetzt gar nicht so sagen. In der Nacht zu heute wechselt der größte Planet unseres Sonnensystems, der Jupiter, der ja Göttervater Zeus, der ja den Tierkreis betritt, der ja die Fische verlässt, jetzt heute Nacht und in den Widder eintritt. Für die nächsten Monate, er kehrt dann Ende des Jahres nochmal zwei Monate in die Fische zurück. Aber tritt jetzt in den Tierkreis ein, ein Neuanfang, der auch mit vielerlei Befürchtungen, aber auch Hoffnung verbunden ist. Vielleicht könnte auch das ein Thema sein, was euch interessiert. Und dann heute ja Merkur in seinem eigenen Zeichen, den Zwilling, heute rückläufig geworden bis Anfang Juni. 2. oder 3. Juni wird er wieder direktläufig, wird aus dem Zwilling im Mai noch, im 26. Mai oder 23. Mai, habe ich jetzt nicht so drauf, den Stier zurückkehren. Also auch Merkur rückläufig, auch das ja ein Thema, was ja in der Astrologie viel behandelt wird, was ja inzwischen auch schon seinen Weg ins Populäre geschafft hat. Selbst Leute, die sich sonst nicht mit Astrologie beschäftigen, sprechen über den rückläufigen Merkur. Auch das sind Missverständnisse und Themen, über die man berichten könnte. Ich kann allerdings an dieser Stelle noch überhaupt nicht sagen, welches Thema wir aufgreifen werden. Auf jeden Fall Aszendent oder Aszendenten und Häuser. Auch ein Thema, was in der Astrologie, wo ich ja bei Menschen, die sich nicht so auskennen, immer wieder Schwierigkeiten bereite. Was bedeutet das eigentlich? Wo ist der Unterschied eigentlich der Häuser zu den Zeichen und anderes? Und da bin ich ganz sicher, dass die gute Julia eine Menge an Fragen zusammenstellen wird. Und ich werde dann am Donnerstag mein Möglichstes tun, diese dann auch adäquat zu beantworten. Also würde mich freuen, wenn ihr live dabei seid. Natürlich für diejenigen, die nicht dabei sein können. Das Video wird natürlich dann auch hinterher auf dem Kanal von Julia über YouTube normal zu sehen sein. Ich werde das dann auch wieder verlinken. Auch auf meiner Webseite www.giso.de findet ihr auch jetzt schon den Link, wenn ihr schon mal gucken wollt. Also, freue mich, wenn ihr Donnerstag dabei seid. Bis dahin, schönen Abend für alle, die das heute noch gucken. Und morgen früh wieder Tagesnobuskop auf dem anderen Kanal. Bis dahin, alles Liebe und Tschüss.